Persönliche Hangars befinden sich am Heimatort des Spielers und ermöglichen eine individuelle Gestaltung und Organisation des Inneren. Da ist es doch. Da ist es doch. Der persönliche Hangar befindet sich... Wir haben Roadmap Roundup, meine Lieben. Große, große Dinge sind passiert. Es ist eine Liste, Leute, es ist eine Liste geworden. Die hat sich sowas von zerwaschen. Also, wir zielen auf, das wird nachher auch erzählt, auf April mit der Version 3.23. Also Release ist geplant für April. Das sind nur noch zwei Monate, was auch immer das heißt. Steht hier drin. Als allererstes können wir sagen, in 3.22 kommt ein neuer Arena Commander Modus rein. Graflev Racing. Ja, da bin ich mal gespannt, ob sie sich damit einen Gefallen tun. Gibt es einen neuen Experimental Mode. Das soll jetzt schon kommen, nochmal nachgeschossen werden. Nachgeschossen werden. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist 3.22. Jetzt in 3.23. Kommt rein. Also, es ist alles Tentative. Also, ich glaube, das ist hier alles noch nicht, Tentative heißt hier noch nicht abgesegnet. Das heißt noch Subject to Change. New Character Customizer. Da freue ich mich. Ich meine, das haben sie schön gesagt. Aber es ist immer geil, wenn man sich, wenn man individualisieren kann. Bin ich Fan von, macht Spaß, ist super. Locations. Die Distribution Center sind da. Das heißt, die alten, es sind die alten UGFs, also Underground Facility, heißen jetzt Distribution Center. Zentrum von Missionen, von Events, Landezone, Missionen. Kommen wir gleich, vielleicht noch drauf hier für Trading. Commodity, ich glaube, im Englischen heißt das eine Trading und das andere Hauling. Trading ist, wenn du das selber machst und Hauling ist, wenn du das auf Kommission machst, oder? Dann, Gameplayer überspringe ich mal ganz kurz. Chips and Vehicles, das nächste, Master Modes. Neue NAV und SCM Modes, die kommen da rein. Das heißt Master Modes. Master Modes kommt rein. In 3.23. Und ich bin unsicher, ob das gut wird. Ich würde mich, glaube ich, gerne mal mit Leuten unterhalten wollen, die wissen. Die mehr wissen. Aber wir werden es sehen. Ich glaube, es ist einfach auch so viel Meinung da draußen. Nicht nur von den Superspezialisten, die, ich muss das leider auch sagen, hier Fresh und Itezo und so weiter, die haben natürlich einen ganz speziellen Fokus auf die Geschichten. High-End-PVPler sind auch nicht das Maß der Dinge. Man muss es leider auch sagen. Es sind auch die normalsterblichen Spieler, die gerne ein vernünftiges Flugsystem haben wollen. Was ich jetzt hier gesehen habe, ich glaube, beim Nubi-Fire, er sagte IFCS. Ist es dann nicht mehr? Obwohl halt eigentlich das IFCS ist ja dieses System. Du machst eine Eingabe, was passiert mit den Düsen? Wie bewegt sich das Schiff? Ich glaube nicht, dass das weg ist. Ich glaube, das ist halt nur, das funktioniert nur anders. Also, wir werden sehen. Es wurden halt bei den Master-Modes hauptsächlich kleine Kampfschiffe getestet, soweit ich weiß. Wir brauchen aber auch die Informationen Master-Modes bezüglich der größeren Schiffe. Und da habe ich dann auch schon einen größeren Streamer mal gesehen, der erzählt hat, wie von wegen, man kann auf jeden Fall fliehen. Wenn man dann überfallen wird, geht der wieder dann um Griefing. Und Master-Mode, total super, kommst jetzt total gut weg. Fliege einfach weg. Werden wir dann auch sehen. Ich glaube nicht, dass am anderen Ende, am langen Ende, da jeder jetzt irgendwie in der Lage ist, dann auch ganz normal wegzustarten und sich abzusetzen. Bestimmte Sachen werden, es wird immer Steinschere Papier, Steinschere Papier geben müssen. Auch bei Master-Modes. Deswegen, ich werde da diese ganzen Gedanken, die da im Event sehen, wir werden es bekommen in 3.23 und dann werden wir das MPU testen. Und das ist ja auch noch nicht das Letzte. Wir werden hier dann daran auch wachsen. Ich hoffe nur, dass das dann auch wirklich das, vielleicht mal das letzte System ist, was wir bekommen, damit wir uns dann auch mal so einschießen können und das dann auch so bleibt. So, das ist Chips and Vehicles. Dann Waffen. Dynamic Crosshair. Movement for Better Target Equation. Das hier ist aber in Kombination mit der Rüstung, die man trägt. Also es wird verschiedene Rüstungen geben. Und Systeme, die auch die Darstellung von deinem HUD beeinflussen. Und hier ist dieses Dynamic Crosshair. Das wirst du bei bestimmten Rüstungstypen bekommen, dass du sehen kannst, wo du hinschießt. Das ist das, was gesagt wurde, soweit ich weiß. Core-Techno natürlich. Wurde verschoben nach 3.23. Also aus dem 22er Bereich, wo sie ja dran rumgeschraubt haben. In 3.23 rein. Replication Layer Update bedeutet, du stürzt ab, du lädst wieder rein, du bist wieder da. Alles ist super. Replication Layer ist die Vorstufe vom Meshing. Jetzt gucken wir uns mal Gameplay an. Der größte Batzen quasi. Hier auch Visual Lens und HUD-Rework. Das, was ich gerade gesagt habe, dieses dazustehende System, wo du das Crosshair siehst, wo du hinschießt. Also diese ganzen HUD-Reworks, ich bin so begeistert. Das ist Quality of Life, was wir auf jeden Fall brauchen. Dieses ganze HUD-Helmet wie so Player Lens. Dieses Aufpoppen von Informationen, dass das alles ein bisschen hübscher sortiert ist und so weiter. Das ganze Ding. Boah, ich habe so Spaß. Ich hoffe, das wird gut. Gut, aber leider auch alles Tentative. Kompass gibt es auch. Kompass wird es geben. Personal und Instance Hunger. So, Personal. Und hier ist ja eigentlich die, da, Personal und Instance, persönlicher und instanzierter Hunger. Hier steckt doch drin, da müssen wir gleich mal rauslesen aus dem anderen. New Tech that creates an Instance of the Player's Hunger to allow for uninterrupted management of Cargo inventory in Vehicles. Also der, du kannst dann beladen und so weiter und keiner stört dich und keine, keine Probleme können auftauchen, weil du dann den Kiosk hast. Der kommt gleich wahrscheinlich auch noch. Und ich würde sagen, persönlicher Hunger. Da gab es ja diese, diese leichte Unstimmigkeit, dass du zum Beispiel ein Aquarium reinstellst und der Aquarium bleibt halt da. Das wäre halt cool. Ich hoffe, das passiert. MobiGlass Rework, auch natürlich hier zusammen zu nennen mit dem Visor und HUD-Rework. Die sind, die gehören eigentlich, ist das alles zusammen. Dieses Ganze, was wird angezeigt, wo wird es angezeigt, welche Daten streamen rein, welche Daten kriege ich irgendwie aufbereitet. Da muss auch kommunizieren. Ist immer so als separater Punkt zu sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, aus IT-Sicht, dass die Sachen sehr, sehr eng verbunden sind. Genauso wie StarMap auch. Die Darstellung, die reingestreamt wird, die Informationen, das hängt alles zusammen. Also wir kriegen ein neues MobiGlass mit Building Blocks und Rework Labs. Endlich mit Building Blocks. Juhu. Und die überarbeiteten Apps. Super wichtig. Dann Loot Screen. Also wenn jemand umfällt von den Kollegen, einfach rangehen, Taste drücken, zack, hast du die Klamotten auf dem Rücken. Also da kriegst du für ein neues Inventar-Management. Wenn man sich überlegt, wie lange das immer dauert mit dem Looten und so weiter und du stirbst ja, bis das Fenster aufgegangen ist. Wir werden sehen, ob das dann immer noch so ist. Je nachdem, wie schnell das Fenster aufgeht. Weil so wirklich schnell ist das Inventar ja immer noch nicht. Ob das dann hier eine Besserung bringt, wir werden sehen. Aber wahrscheinlich das Gesamtkonzept. Dann FPS-Map-System. Also deine Umgebung. Mini-Map für und so weiter. Da bin ich ja immer noch am Zweifeln, warum das so problematisch ist. Weil das ja eigentlich die Umgebung darstellen sollte. Sie bauen es ja, ich denke, die sind ordentlich am Schuften jetzt gerade. Aber man merkt vielleicht doch auch, dass die Squadron 42 Leute jetzt rübergekommen sind und die auch Sachen gewuppt kriegen. Das ist ja ein Riesenpaket, was wir jetzt hier angeboten kriegen. Wenn das im April kommt, boah, ich werde jeden Tag streamen und euch mit Sachen versorgen. Naja, vielleicht. New Missions Cargo Hauling. Da sind wir nämlich hier bei dem Distribution Center. Hauling Missions. Ich glaube, Hauling ist, komm hier hin, hol das ab, bring das nach XY. Nicht mit eigenem Geldeinsatz. Das ist Hauling und Trading ist, wenn du selber handelst. Making Use of Freight Elevators Feature. This Mission Type will have players hauling large quantities of cargo. Large quantity to earn Alpha OEC und Reputation. So, dann haben wir Dynamic Events Blockade Runner. Aber wir hatten doch schon mal Blockade Runner. Das ist doch kein neuer Event, weil ich hatte gehört, das ist ein neuer Event. Da ging es doch darum, bring Medikamente oder Food oder so, bring das nach A, B oder C an der Blockade vorbei, oder? Das ist doch schon ein bisschen her. Und das ist jetzt offensichtlich Einführung eines neuen dynamischen Ereignisses, bei dem eine kriminelle Fraktion eine Leo und L1 Raststätte blockiert. Okay, die Spieler müssen eine Blockade durchlaufen und einen bestimmten Prozentsatz an Quantanium kaufen und verkaufen. Ah, also, doch, du musst das kaufen und verkaufen, alles klar. Aber nicht Medikamente, sondern Quantanium. Okay, na dann. Player Interaction Experience. Neues und verbessertes Player Interaction System. Hängt alles an diesen Building Blocks dran, alles an diesen UI-Sachen. Die hängen alle zusammen. Nein, teils Lockdown ist dann was anderes, ne? Ich weiß es nicht, das ist Blockade Runner. Das ist vielleicht ein anderer Missionstyp. Vielleicht haben sie das einfach aufgemacht als zweites. Kann ich dir nicht sagen, sit. So, dann Interaction Experience. Implementierung einer aktualisierten Player Interaktionserfahrung. Eine ganzheitliche Reihe von ergänzenden Systemen und Funktionen, die alle direkt mit dem Spieler zusammenhängen. Spielerstatus, Gegenstandsstatus, Umgebungsstatus, Interaktion mit der Spielwelt und den darin befindlichen Objekten werden von diesem System abgedeckt. Das heißt, dieses Inner-Thought-System, also für mich ist das immer noch, okay, das heißt jetzt, PIS hieß ja, glaube ich, bei denen, ne? Player Interaction System, PIS. Ähm, Experience. Jetzt heißt es Pi. Früher dann Inner-Thought. EVA Tier 2. Das ist doch mal was. Also, Superman lässt grüßen. Ich bin echt, da bin ich so gespannt, wenn das klappt und ich mir nicht mehr die Birne stoßen muss, wenn ich in den Satelliten reinfliege. So schön. So schön. Also, EVA-Kontrollen, Animationen. Was ich auch lustig finde ist, und das hatten wir schon mal, du EVA ist los, du drückst W und du lässt W los und du fließt weiter geradeaus. Ich meine, das hatten wir schon mal ganz am Anfang zwischendurch. Wir hatten auch schon mal Magnetstiefel. Für die Älteren werden Sie sich erinnern. Man konnte mit Magnetstiefeln an einem Raumschiff unten lang laufen. Das war mal eine ganz kurze Zeit, da habe ich noch ein Video von. Das hatten wir auch mal. Also, EVA, du fließt halt los und wir haben Treibstoff. Ich frage mich, wo man den Treibstoff kaufen kann, den Treibstoff. Ob der sich automatisch auffüllt, wenn man wieder im Schiff ist? Zero-G-Pull-Push kommt später. Ach so, mit dem Traktorbeam geht es, kann man es machen. Aber Treibstoff und du schlüpst dich an und du fließt weiter. Das wird noch neue Informationen, das wird noch neue Probleme bringen. Das wird noch neue Probleme bringen, wie zum Beispiel, huch, mein Sprit ist alle, ich muss abgeholt werden. Ich treibe aber gerade auf diesen kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Das wird noch interessant, da bin ich gespannt. Reputation. Reputationssystem. Wir machen ein neues, das mache ich nochmal auf Deutsch. Eine neue Funktion zum Reputationssystem wird hinzugefügt, bei der Spiele auf KI treffen, die entweder freundlich oder feindlich sind, je nach ihrem Ruf bei der Organisation. Jawohl! Zu der der KI gehört. Dies bindet auch unterschiedliche Schwellenwerte für Friendly Fire und Verteidigungsreaktionen. Ach du je. Das ist ja geil. Jetzt endlich sind die Fraktionen auch, verhalten sich. Also ich stelle mir so vor, du machst böse Missionen für die Nine Tales oder für Vaughn und dann werden die auf jeden Fall, dann werden die Nine Tales, werden dann nett zu dir. Das wäre ja nice. Wird das auch farblich dargestellt? Aber erstmal nur Reaktion. Super spannend, endlich. Ich könnte mir auch vorstellen, und da habe ich auch schon drüber gesprochen, ist wie bei allen Sachen, Hörsten, du hilfst Hörsten-Technologie zum Beispiel und das findet Microtech gar nicht gut, weil du da für die dauernd dann gucken, die hassen dich dann zwar nicht, aber dann fällst du so ein bisschen im, ah der arbeitet für Hörsten, dem geben wir aber keine guten Aufträge. So, ja. Dann kriegst du auf Hörsten nicht mehr die besten Aufträge, aber dafür, äh, kriegst du auf Microtech nicht mehr die besten Aufträge, aber auf Hörsten vielleicht. Fände ich super. Ja, also nicht nur hier die Piraten, sondern insgesamt auch dieses ganze Reputationssystem. Wenn du dann zum Beispiel eine Mission haben möchtest, die du sonst immer hast, aber die nicht bekommst, weil du bei der einen Fraktion nach oben gestiegen bist, bei der anderen nach unten, das ist noch nicht drin, aber vielleicht, na, wird schon interessant. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll bei dieser Karte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. StarMap Rework. Über was soll ich dann noch meckern anschließend? Wenn die raus ist, wenn die, wenn die StarMap, und ich hoffe nicht nur StarMap, sondern Navigation, Navigation. Wir bauen eine neue und verbesserte, darauf nagel ich euch fest, verbesserte StarMap mit verbesserten visuellen und Benutzbarkeiten. Einfache Suche. Ich nagel euch da drauf so fest. Und Reiseplanung funktioniert. Ich mach's nochmal, ich mach's nochmal hier auf Deutsch. Implementierung der neuen und verbesserten StarMap mit verbesserter Optik und Benutzerfreundlichkeit. Einschließlich einfacher Such- und Reiseplanungsfunktionen. So, also schlechter geht's wirklich nicht. Naja, also doch, das kriegen die auch hin. Item Bank und Unique Item Recovery. Da ist er, der Recovery-Kiosk. Ähm, du kannst also... FPS-Items, Multiplication, Subscriber-Flair zurückkaufen. Aber Moment. Hinzufüge von einem Bank-Kiosk zum PU, in dem es Spielern möglichen FPS-Gegenstände an mehreren Orten abzurufen und aufzubewahren, fällt der Moment. Bedeutet das, der magische Rucksack fällt weg? Ich kann nicht mehr einfach I drücken. Ich muss irgendwo hin. Ein Spind. Ich hab irgendwo ein Spind. Also ein Kiosk, wo ich meine Sachen holen kann. Die ist ja ganz klar mit den Spielern auch verlorene, kontogebundene Gegenstände, wie zum Beispiel auch noch ungefähr wieder zu erlangen. Moment. Hinzufüge von Item Bank-Kiosken, die es den Spielern ermöglichen, FPS-Gegenstände an mehreren Orten abzurufen und aufzubauen. Moment. Also das heißt, ich könnte... Ah, okay. Ich habe meine Kleidung, Waffen und so weiter. habe ich auf Hörsten. Mit diesem Kiosk kann ich die Sachen aber auch auf Microtech abrufen. Ah. Ah. An diesem Ort. Das heißt, ja, so habe ich das jetzt verstanden. Also der magische Inventar-Rucksack an deinem Ort ist noch da. Existiert noch. Aber ich kann an den Kiosk gehen und sagen, okay, ich habe aber da liegen noch 400 Flaschen Schmolz. Die brauche ich jetzt hier. Ich habe Durst. Würde ich das auch so sehen? Und dann kann man... Muss man dann vielleicht bezahlen, dass man die Sachen rüberbekommt? Nee, nicht nur auf Wiederherstellende Items. Da steht nämlich, this edition will allow also. Also also allow players. Also zusätzlich zu dem, was es macht, erlaubt es den Spielern, accountgebundene Items wie Subscriberflare zurückzuerlangen. Das heißt, du kannst... Du gehst an so einen Kiosk. Ja, dann brauchst du ja Nicknack nicht mehr. Ja, ich meine, Nicknack wäre noch gut mit einer Suche. Aber du gehst an so einen Kiosk dran und sagst, hey, guter Mann, Rohrpost bitte. Rohrpost aus Crusader. Da habe ich noch meine Schuhe vergessen. Und du bist gar nicht ein Kiosk. Und dann kannst du dir die da holen. Alles FPS-Kram. Also nicht ein Quantum Drive, aber deine FPS-Sachen. Okay. Frachtelevator. Also ich denke, das wird gut. Frachtelevator. Das auch wieder in Kombination mit dem instanzierten Hangar. Implementierung von Systemen und Inhalten, die es Spielern ermöglichen, ihre Schiffe physisch zu beladen und entladen, indem sie die Fracht zu und von Hangars, Landeplätzen, Garagen und Andockstationen befördern. Das heißt, die Frachtelevator sind nicht nur auf deinen, auf deinen privaten Hangar begrenzt, auf deinen, auf deinen Hangarinstanz, auf deine Hangarinstanz, sondern die sind auch an anderen Orten zu finden. Das heißt, diese Kioske sind da, du drückst da drauf und dann fährt er drauf. Vielleicht auch halt diese Mission, wo wir den Sneak Peek gesehen haben, wo du auf einem Mond oder so, so ein Lagerhaus hast, und dann fahren die Kisten rauf und dann musst du das selbst einladen. Das wird super. Da bin ich gespannt. Wahrscheinlich, also wie, da geht die Rumor gerade hin, dass du das alles von Hand nochmal verladen musst. Dann, dass du das vielleicht alles von Hand verladen musst. Möglich. Das wird nicht mehr magisch reingespawnt. Wir werden das sehen. Wir werden das sehen. Das waren die Sachen. Jetzt gucken wir uns das Gleiche nochmal hier ganz kurz an. Nochmal eben kurz durch, weil ich das gerne einmal noch aufbereiten, gucken, ob wir noch mehr Informationen drin stecken. Wir haben schon gesagt, Replication, Replication Layer Update. Oh, Junge, Junge, Junge. Die Tests für die wichtigen Aktualisierungen der Backend-Datenbank des persistenten Universums werden fortgesetzt. Diese Version wird in Bezug auf das Timing flüssig bleiben, da Randfälle gelöst, also Edge Cases oder was? Ah ja, Edge Cases are solved und die Leistung optimiert wird. Mit der Veröffentlichung verschieben wir diese Karte in die Spalte Alpha 3.23. Aber behaltet Spektrum und den Tech Preview Channel im Auge, um über das Neueste aus dem Replication Layer zu erfahren. Also, 3.23 Replication Layer Update. Dann, Arena Commander Graflev kommt schon in 3.23. Wir haben experimentellen Mode im Arena Commander. Dann schauen wir mal. Ich finde es ja gut, dass man dann hier aussuchen kann. Dann wirst du halt dann auf den Mond gebracht. Snake Pit, Clio Islands. Lustig, lustig. Aber nur am Boden. Also, die Graflev-Dinger fliegen ja eigentlich auch im Universum, also im Vakuum rum, im All rum, im Vakuum rum. Ja, interessant. Dann, Star Map Rework. Das ist das Allerbeste. Wir kriegen die Improved Star Map. Mit verbesserten Improved, ich. Dann, Mobiglass Rework, haben wir schon gesagt. Building Blocks. Also, dieses Update inkludiert für Mobiglass Home, Maps, Contact Manager und Journal. Okay, ist wenig, oder? Das Update, also der Heimbildschirm, die Karten, okay, ist klar. Der Contract Manager, immerhin. Okay, haben sie die Missionen auch überhaupt? Und die Journal, was ist denn Journal-Apps? Das ist ja nur dann. Dann, FPS-Map-System. FPS-Map-System. Für das Interieur, für FPS-Gameplay. Help your player stay orientiert. So, hier. Jetzt, jetzt nochmal wichtig. Personale und personelle, personal, persönliche und instanzierte Hangars. Können wir hier noch mehr Informationen rauslesen. Eine neue Technologie, die eine Instanz des Hangars des Spielers erstellt, um eine ununterbrochene Verwaltung von Fracht, Inventar und Fahrzeugen zu ermöglichen. Persönliche Hangars befinden sich am Heimatort des Spielers und ermöglichen eine individuelle Gestaltung und Organisation des Inneren. Da ist es doch. Da ist es doch. Der persönliche Hangar befindet sich am Heimatort, da, wo du dein Imprint machst oder da, wo du startest. Müssen wir gucken. Vielleicht kann man den Imprint, vielleicht ist das, vielleicht ist das tatsächlich nur da an den großen. Das heißt, dein persönlicher Hangar ist an Microtech, wo auch immer du startest, Orison und ermöglicht eine individuelle Gestaltung und Organisation des Hangar Inneren. Also, persistent und instanziert, so wie ich das gesagt habe. So wie ich das schon gesagt habe. Persistenz, du stellst ein Aquarium, das ist ein Aquarium. Ah, das wird so geil, das wird so super, ich freue mich. Individuelle Gestaltung, mega, mega. Ach, Gott sei Dank. Und dann, der persönliche Hangar, da müssen wir natürlich gucken, wenn du jetzt, was, was passiert, das heißt, wenn du jetzt, äh, dein Imprint wechselst, wenn du dein Imprint wechselst, also wenn ich jetzt zum Beispiel Grimhex sage, ändert sich dann meine Home Location, ändert sich dann meine Home Location oder ist die Home Location die, die ich wirklich, wo ich vorher gestartet habe. Und was passiert, wenn du zum Beispiel, du bist jetzt auf der Raumstation und du fährst mit dem Fahrstuhl zu deinem instanzierten Hangar, weil der wird ja immer noch instanziert sein. Du fährst dann aber, dann holst du nicht die Instanz von deinem Hangar, von deinem Heimatplaneten, oder? Oder hast du dann, oder ist das, ist der an der Raumstation noch der gleiche? Ist das, ist die Funktion an der Raumstation dieselbe? Das ist doch super. Das ist gut zu wissen. Ach, da steht die Information drin, ey, mega, mega, mega. So, dann, Frachtelevator, implementieren von System und Inhalten, hier sind Spieler, ermöglichen Schiffe physikalisch zu beladen, entladen, nehmen die Fracht von Hangars, Lagerplätze und Garagen, und eine Organisation befördern. Da ist dann die Frage, müssen wir, müssen wir jetzt alles hier tatsächlich selbst in die Hand nehmen? Oder wird, wenn du eine Mission, wenn du eine Cargo-Mission hast, wird es reingespawnt? Ich gehe davon aus, du musst alles selbst in die Hand nehmen. Item Bank und Unique Item Recovery. Äh, genau, hier hatten wir schon gesagt, ich sehe, es gibt noch Abstimmungsbedarf, man muss eine Heimatlocation ändern können. Ja? Sonst hat man später als Pirat keinen Zugang mehr zum persönlichen Hangar. Stimmt. Den Grimbergs kann ich natürlich, wahrscheinlich tatsächlich so sein, dass wenn du, das macht natürlich clever, man muss, äh, man muss den wahrscheinlich umsetzen können. Also, der Imprint ist wahrscheinlich entscheidend. Das könnte durchaus sein, ja. Das macht, das hört sich clever an. Hinzu von, von Bank Item, den Spielern ermöglichen, FPS-Gegenständen an mehreren Orten abzurufen und aufzubewahren. Das ist ja auch hier auch, das kommt ja auch mit dem Kiosk quasi, so ein bisschen in, in Kontakt an der Stelle. Ähm, dass du die Gelegenheit hast, wie wir schon gesagt haben, dass du möglich, möglicherweise, dass du dann, äh, du hast deine Waffen, deine Rüstung hast du auf Microtech, aber an dem Kiosk kannst du die dir rüberstreamen lassen. Ich frage mich, wo ist dann, wo ist dann die, die der Wunsch nach Simulationsgenauigkeit hin? Mein Gott, mir fehlen heute die Worte. Immersion. Das heißt theoretisch, wenn ich meine Klamotten da vergesse, müssten die eigentlich da liegen bleiben. Aber an dem Kiosk kann ich sie mir holen. Gegen Geld? Vielleicht teleportieren? Ich will da gar nicht, ich will da gar nicht weiter drüber nachdenken. Auf jeden Fall kann man sich hier die Abonnentenflares wieder zurückholen, wenn du die verloren gegangen lassen hast an deinen Kumpel. Wenn du, wenn du den geilen Flair, den der, den du hast, an deinen Kumpel weitergegeben hast, dann kannst du dir die, deinen Selbst wiederholen. Also Versicherungsbetrohung. Haben wir jetzt nicht gesagt. Cargo-Hawling. Cargo-Hawling. Bei diesem Missionstyp, neuer, neuer Missionstyp, müssen Spieler mit Hilfe von Lastenaufzügen große Mengen an Fracht transportieren. Also, mit Hilfe von Lastenaufzügen große Mengen an Fracht transportieren. Also besorgt euch schon mal die großen Traktorstrahlen. Besorgt euch schon mal die großen Traktorstrahlen. Da ist, da ist, da ist viel Arbeit. Ich, jetzt die, da kommt ja wieder der Outlaw und Pirat in mir durch. Wenn du viel Arbeit reinsteckst, die Klacke umzuladen, und wenn dann Geld da drin steckt, und du willst, und dann kommt der böse Pirat, dann ist da vielleicht der Wunsch nach Verhandlungen größer. Anstatt Alt-E4 zu machen oder sich in die Luft zu sprengen. Da zu sagen, boah, ne, die ganzen, was ich hier alles gemacht habe, komm, dann lasse ich, dann spreche ich mal mit denen. Dann mache ich den Chat mal an. Dann fange ich nicht an, die durchzubeleidigen, sondern dann mache ich den Chat mal an. Und guck mal, vielleicht wollen die ja mit mir reden. Fände ich gut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich bitter, wenn du alles verladen musst. Aber du wirst ja auch große Kisten haben. Die 16er und so weiter. Dynamic Crosshair. Genau. Combat Helmet haben nun dieses dynamische Crosshair. Finde ich gut. Erst habe ich gedacht, das ist ein bisschen blöd. Aber wenn du dann die entsprechende Rüstung an hast, die vielleicht auch nur dafür für den Kampf geeignet ist, dann kriegst du diese Zielhilfe, ohne dass du ADS, also die Waffe hochnehmen musst. Finde ich okay. Finde ich absolut fair. Wenn sie jetzt noch die Lichter bei den Raumschiffen vernünftig hell machen, dann bin ich total auf glücklich. EV8 Teil 2 haben wir gesehen. Das ist genau das, was wir schon gesagt haben. Loot System. Neues Loot System. Schneller looten. Haben wir auch schon gerade gesagt. Neuer Character Customizer. Leider kann man wahrscheinlich immer noch keine dicken, kleinen machen. Also neue Oberfläche. Das ist das DNR-Ding, was wir schon gesehen haben. Freue ich mich total drauf. Das wird super. Das wird richtig, richtig. Überhaupt werden die ganzen Visor- und Linsensysteme mit Building Blocks abgebildet für bessere Performance. Das ist doch auch schon mal was. Bessere Performance. Hier alle, die mit Kartoffelcomputern unterwegs sind. Und Flexibilität. Das spielt in das ganze HUD-System rein. Da freue ich mich so drauf. Wenn das wieder besser funktioniert. Vielleicht sind unter der Haube auch Sachen dann wieder funktional. wie zum Beispiel Scannen und Pingen. Hat der wieder vernünftig funktioniert. Wenn sich dieses ganze HUD-System ändert. Da hängt ja sehr, sehr viel dran. Ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Dinge hier gar nicht erwähnt werden, weil die nicht auf dem Tisch liegen, sondern weil die einfach so ein bisschen defekt sind. Das wäre echt, das wäre echt nicht schlecht. Dann Distribution Centers. Genau, das wird das Riesending für Star Citizen, für CRG werden. Schaffung neuer begehbarer Begreiche, die Spielmöglichkeiten industriellen Unternehmensumgebungen bieten. Sie haben ja von Factions gesprochen. Und hier ist dann nochmal definiert Unternehmensumgebungen. Das heißt, die gehören natürlich finanzstarken Gruppen, die so ein Ding dahin zimmern können. Sollen dann aber auch eventuell übernommen werden können von Ninetales und so weiter. Und dann sind die nachher unter deren Führung. Die erste Version umfasst Oberflächenebene Anlage. Die unterirdischen Bereiche werden in einem späteren Update folgen. Das heißt, wir können auch gar nicht runter, wir können nur oben. So, ein neues Event Blockade-Ranner. Da gucken wir nochmal, ob da noch mehr Informationen rauskommen. Dynamisches Ereignis, bei dem eine kriminelle Fraktion blockiert. Die Spieler müssen die Blockade durchlaufen, um einen Prozentsatz Quantanium zu verkaufen, bevor die Zeit abläuft. Zeit für das Quantanium sind explodiert oder Zeit abläuft, um die Blockade zu. Okay, wir müssen auf jeden Fall Quantanium kaufen und verkaufen. Mal gucken, wie spannend das wird. Reputation, das ist auch super wichtig. Jetzt nochmal, vielleicht gibt es da noch mehr Informationen zu. Eine neue Funktion zum Reputationssystem, bei der Spieler auf KI treffen, die entweder freundlich oder feindlich sind, je nach ihrem Ruf. Dies beinhaltet auch unterschiedliche Schwellenwerte für Friendly Fire und Verteidigungsreaktion. Okay, also das haben wir gerade auch schon genauso gesehen. Friendly Fire, das heißt, du gehst irgendwo hin und dann fangen die nicht an, auf dich zu ballern. Muss man auch sagen. Du läufst da rum, ah okay, der ist einer von uns. Ne? Der ist einer von uns und dann bleibst du safe. So, dieses Piss oder Pi heißt es jetzt, Player Interaction Experience, da, da können wir nur, ich glaube, da können wir nur gewinnen. Das kann nur gut werden anstatt den aktuellen Stand vom Inner-Thought-System. Und dann, last but not least, Master-Modes. Implementing New, das lesen wir nochmal ganz genau. Implementing. Neuer Modi für Fahrzeuge zur Verwaltung der Geschwindigkeit, Komponenten und rollenspezifische Funktionen. Mit dieser Version werden die Modi NAV und SOM, SEM, sowie eine komplette Neuabstimmung aller Schiffe eingeführt. Haben wir noch nie gesehen, ne? Neuabstimmung aller Schiffe. Das heißt aber auch, eigentlich gehört zum Master-Mode ja noch ein dritter Modus. Dieser Quantum-Sprung, dieses, dieses Selberfliegen, das ist noch nicht dabei. Ich denke, das wird dann auch zusammen mit Pyro und dem, dem Gate und so weiter kommen. Auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall nice. Drei. Ich denke, das ist auf jeden Fall nice. Drei. Ich denke, das ist auf jeden Fall. Und das ist ein. Und das ist ein. Vielen Dank.